Stellen Sie sich vor, es gäbe eine Software, mit der Sie in Ihrem Unternehmen alle Aufgaben des Personalmanagements komfortabel über das Internet erledigen könnten. Wie wäre es, wenn diese Software das Beste aus der Windows- und aus der Webwelt in sich vereinte, so dass Sie auf tiefe Funktionalität und hohe Datenperformance nicht verzichten müssten und dennoch absolut flexibel und unabhängig mit dem System arbeiten könnten. Stellen Sie sich vor, sämtliche Anwendungen, die Sie für Ihre tägliche Personalarbeit benötigen, stünden unter einer einheitlichen Web-Oberfläche bereit. In einem intuitiv bedienbaren HR-Solution-Center, das man nach seinen eigenen Wünschen und Bedürfnissen gestalten könnte. Wie wäre es, wenn sich dieses HR-Solution-Center dynamisch an die verschiedenen Nutzergruppen im Unternehmen anpasste, wenn es zu unterscheiden wüsste zwischen den spezifischen Aufgaben und dem Informationsbedarf eines Mitarbeiters, einer Führungskraft oder eines Personalreferenten? Stellen Sie sich vor, Sie müssten nicht länger in verschiedenen Quellen nach relevanten Personalinformationen suchen, sondern fänden alles auf Anhieb in einem System. Wie wäre es, wenn Sie dafür einen cleveren Suchagenten an Ihrer Seite hätten, der in der Fülle an gespeicherten Informationen zielsicher genau diejenigen aufspürt, die Sie im aktuellen Kontext Ihrer Arbeit benötigen? Stellen Sie sich vor, Sie könnten komplexe Informationen transparent darstellen und Zusammenhänge auf einen Blick erkennen. Wie wäre es, wenn sich mit einer Multi-Site-Funktion mehrere Formulare und Listen parallel am Bildschirm anzeigen ließen und Sie somit interaktive Sichtweisen zwischen inhaltlich zusammengehörigen Informationen herstellen könnten? Stellen Sie sich vor, sämtliche HR-Prozesse in Ihrem Unternehmen ließen sich genau nach Ihren Anforderungen abbilden. Wie wäre es, wenn hierfür integriert in das System ein Prozessmanager zur Verfügung stünde, der nicht nur administrative Prozesse wie z.B. Urlaubsanträge automatisiert, sondern auch qualitative Prozesse wie z.B. Personalentwicklungsgespräche oder Gehaltsrunden effizient unterstützt? Wenn Sie in Ihrer Personalarbeit also auf eine intelligente und selbsterklärende Software bauen könnten, exakt so wie Sie es brauchen? Wäre dann nicht alles viel, viel einfacher? Wäre dann halt etwas tief, viel einfacher ist. Vielen Dank.